Ich will raus. Nee, nee, Zone, Zone. Zone. Ja, ja, warte, dann fahren wir gleich runter. Ich komm nicht drüber. Die schießen auf uns. Komm, komm, komm. Was machst du denn? Ja, Junge. Nein, du machst gar nichts. Leck mich raus. Du läufst einfach weiter. Manuel, halt einfach die Klappe. Ich hab's doch auf Video. Soll ich mich da auf dem offenen Feld achten? Ich gucke in den jahre Richtung. Ganz einfach. Immer dieses, du machst gar nichts. Junge, es bleibt immer noch ein Spiel. Ich sag dir das halt, wenn irgendwas ist. Das haben wir verdient.